Hallo und herzlich willkommen auf dem Flug Richtung Loch. Mein Name ist Neofil Nerd und ich bin heute hier Kapitän. Wir werden in Kürze starten und werden dann ans Loch fliegen. Von daher vielen herzlichen Dank und ich melde mich später, wenn wir die gereichte Flughöhe erreicht haben. Perfekt, Alter. Die Flughöhe. Jo, auf geht's. Oh Gott. Hier zur Rechte sehen Sie das wohlversprochene Loch und wir sind hoffentlich in der Staffel unterwegs. Sind wir? Ich sehe euch nicht, ich bin weit hinter euch. Okay, aber wir fliegen alle, ja? Äh, ja, aber ich bin schon auf dem Weg runter irgendwie. Ich schaff's easy. Ich auch. Na, ich würde sagen, Koda auch. Ja, ich glaube, ich auch. Okay, dann ab rein da. Dann, dann, wir sagen, wir landen. Unten dem Loch erwarten Sie frische 13 Grad. Vorsichtig, ne? Immer schön. Nicht gegen die Wand knallen. Immer schön im Kreis fliegen. Oh, ich höre schreien. Du bist ja schon mega weit unten. Ja, ja. Also vorsichtig, ne? Immer schön, einfach immer im Kreis drin. Und immer so ein bisschen die Flughöhe so beibehalten, dass sie runterkommt. Oh, da ist Thrombosen, Jonas. Wie sieht's bei euch aus? Ja, perfekt. Ich lande grad. Cora? Oh Gott, nicht so gut. Was heißt nicht so gut bei dir? Ich bin im Loch. Sehr gut. Aber du bist runtergefallen oder bist du schön gelandet? Äh. Sie ist noch nicht gelandet. Okay. Ich bin gelandet. Pass auf, du bist angegriffen. Oh, scheiße. Ah. Okay. Kommt in die Mitte zum Fluss. Kommt in die Mitte. Wenn ihr könnt. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Hier, hier, hier. Runter, 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 runter. Zu mir. Hinter dir. Ab in die Mitte. Wo ist der Nico? Nico ist hier. Ja. Perfekt. Okay. Thrombi ist davon. Wir werden angegriffen. Hinter uns. Okay. Der ist tot. Oh, okay. Der erste ist tot. Ja, gut. Oh, oh. Entweder stirbt er. Au. Oh, nein. Oh, fuck. Au. Du Drecksack. Komm hier hoch auf den Stein, Cora. Ja, ja. Ich glaube, da schafft das nicht. Ich bin froh, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Ich hatte eine richtig sanfte Landung. Ich auch. Äh, gut. Ich bin da nicht. Ich bin direkt angegriffen worden, aber die Landung war okay. Ich guck mal hinter uns. Hier hinten sind Muschiekleiden. Na, das war's daneben. Okay. Ich habe einen getötet. Oh, ich merke gerade, wir haben noch nicht mal die Leuchten. Solches Ding ins Bubu. Nee, da ganz hoch kommst du nicht. Vorsicht, ne. Hier hinten ist noch ein... Noch ein Buddy. Wollen wir vielleicht erstmal den hier umnieten? Mhm. Wo bist du, Cora? Oh, der brennt. Nee, der lädt nicht mehr. Okay. Schöner Wurf. Da unten in dem Ding ist ja die Mahete, ne? Mhm. Pass schon, der ist gleich tot. Ist der tot? Nee. Aber jetzt steht der dumm... Ah, jetzt kommt der rüber. Der mag den Niko sehr. Ja, ich merke schon, hey. Er ist tot. Okay. Nice. Aber da links sind noch Leute. Guck mal. Die kommen gerade. Pass auf, die können, glaube ich, hier hoch. Die hauen sich gegenseitig um. Die hauen sich gegenseitig um. Der ist auch tot. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, ne? Nehmt eure Pfeile ruhig mit. Ihr könnt mal eine Feuer gebrauchen, oder? Ich weiß es nicht. Ob wir das so dringend brauchen? Ich werde mir schön Mutanten einfallen. Ja, hier ist übrigens die Mahete, ne? Hä? Wo ist die Mutantenrüstung? Na, da rechts. Habt ihr die Mahete, ja? Hm? Ich hab die Mahete. Wo ist die? Oder? Ah ja, genau. Ja, ich hab's. So ein bisschen Rüstung wäre aber nicht schlecht. Ja? Aber es geht auch ohne. Äh, nee, wenn du's, wenn wir brauchen, sag. Nee, alles gut, geht auch ohne. Ich hab jetzt die Hälfte voll. Ach du Scheiße. Ja, ich hab ein bisschen mehr als die Hälfte. Was denn? Nico, was denn? Ich, nein. Du wolltest unbedingt erkunden. Kannst du rauskrabbeln? Nee, ne? Ey, weißt du, dein Nico, egal was wir machen, irgendwas passiert immer. Ah? Äh, geht, geht, glaub ich. Jetzt? Wow. Sehr gut, du kannst hier rein und, äh, raus. Okay, gut. Ja, wollen wir ein Feuer machen, weil wir, weil wir haben, dann doch noch ein paar, oder? Ja, können wir. Okay. Ein bisschen Rüstung kann man aber brauchen. So. Da hinten lag ja noch der Typ, genau. Den hab ich schon. Super. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie wir am besten laufen. Wir könnten einmal in der Mitte durchtauchen. Hier ist noch Trombi, gell? Ach, Trombi müssen wir auch noch umliegen. Aber, vielleicht, äh, Rüstung hier, hey. Ja, ja. Bevor ihr wegrennt. Oh, der hat noch einen Pfeil. Der Trombi. Oh, hast du gehört? Das schallt. Können wir nicht gucken? Hör mal. Hörst du, hört ihr das? Oh, ja, Mann. Das schallt. Warte mal. Hallo. 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 Oh, Gott. Was macht der hier? Ja? Wollen wir Trombi noch umliegen, schnell? Ja. Hey, der guckt da hinten so süß. Au. Au. Schleck ins Bubu. Scheiße, ich hab kaum Rüstung mehr. Geh, geh aus dem Weg, geh aus dem Weg. Wir machen den Pott. Alter, Buddyslam oder was? Der ist tot. Weg. Oh. Einmal Rüstung zum Mitnehmen, bitte. Ja. Gut, dass man den für eine Rüstung kriegt. Ja. Hier rennt noch einer rum. Es waren ja zwei. Na, noch ein Trombi. Jo. Das ist der, den wir schon angebummst haben. Oh, ganz schön. Au. Irgendwie in Deckung gehen auf einem Stein oder so. Versucht es. Kann, kann mir jemand mal mit ihm helfen vielleicht? Wir sind noch Babys. Ja, ja, ich. Ich glaube, er ist tot. Ach so, jetzt hab ich gerade einen Molotow-Kopter angezündet. Oh nein. Okay. Da hinten sind noch Babys. Mhm. Die nieten wir auch nochmal weg. Also, die passen uns jetzt nicht so was. Oh, da ist noch Muschiklaus. Ah, sehr schön. Dann haben wir ja alles hier. Haben wir ja die ganze Party hier. Und hier, da liegen auch voll viele Koffer und so rum. Hallo, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Jetzt. Das wird. Der hat mich gerade ein bisschen im Menü überrascht. Schön. Der ist direkt hier. Ich geh mal hier rüber. Der eine Schläckens-Bubo, den schieß ich mal an. Yo, der brennt. Der brennt gut. Na, das war der. Wo ist er denn? Der ist genau unter euch. Wir hätten uns den Kampfbogen besorgen sollen. Ja. Das wird super ausdrucken. Wie bei mir unten ist er. Der in der Ecke, ne? Mhm. Alter, der kommt hier hoch. Ne, ne. Der trifft mich, oder? Ja, das ist schon, ja. Na, komm. Ich glaube, er ist tot. Ja. Alter. Der Drecksack. Boah. Okay. So, du bist doch fast voll, Alter. Nimmt euch Pfeile mit, ne? Hier ist Dynamit. Oh, das werden wir immer gut gebrochen. Ne, das sind Leuchtdinger. Ah, echt? Ah. Und die hier. Jo. Ist nix drin in den Degern? Das Echo ist voll... War das früher auch schon? Ich weiß es gar nicht. Das könnte sein. Aber ich würde... Wir liegen zur Leiterplatten. Ja, ich hab schon voll... Mhm. So, wie kommen wir jetzt hier am besten raus? Also, wir haben zwei Wege. Entweder Mitte... ...oder halt diesen anderen Weg. Aber ich glaube, den anderen Weg können wir gar nicht gehen, oder, Nico? Doch, ich glaube schon, oder? Echt? Ähm... Oder nehmen wir Tauchen? Ich würde Tauchen machen, oder? Woher weiß ich, wie viel Luft mein Tauchkredit noch hat? Wenn du's anziehst. Ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht. Oh, ich muss... Äh... Hälfte. Ich hab auch noch Hälfte. Ich würde aufladen. Ja. Sicher, sicher. Wir haben ja alle noch Flaschen. Okay. Okay. Ich muss noch aufladen. Eine Sekunde. Ja. Ich schwimm schon mal durch. In Ruhe. Okay. Wer wohin denn? Hier. Mitte. Da ist schon ein kleines Loch. Ich verschwinde gerade da drin. Achso, ich hab das grad nicht gesehen. Ja. Boah, es lädt. Ah, hier drüben anscheinend, oder? Ah, ja, genau. Wenn ihr, wenn ihr mich seht. Ja, ja. Ich schwimm schon mal. Weißt du, was ich irgendwie abfeiere? Dass es hier unten keine Gegner gibt. Böse Fische oder so, keine Ahnung. Wie bei Soppa-Aufika? Monsterfische. Ja, oder so Mutanten. Ich mein, es kann ja auch Wassermutanten geben, theoretisch. Ja, stimmt. Bin ich auch sehr froh drum. Ich pack Wasser, so unter Wasser, in Spielen eh schon nicht. Oh. Ja, und dann halt noch am besten mit Monstern, ne? Alter, wie weit das einfach hoch geht noch. Ist einfach ein fucking Fluss hier, oder was? Also, ich mach mal ein Feuerchen. Oh, sorry. Ich mach ein Feuer für uns. Das ist ja nett. Gemütlich. Yo. Müssen wir noch weiter tauchen? Ähm, nee. Wir müssen hier lang. Okay, ist euch warm? Ja. Dann gehen wir in... weiter. Ja. Das kann man aufheben hier. Tauchen. Ah. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir hier nicht rauskommen. Nico. Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch das Tor war eigentlich der Weg... Ah, hier ist Besuch. Ah, du... Aber ich glaube, um richtig reinzukommen, haben wir den Haken gebraucht. Möglich, ja. Ach, das sind die, wo sich die Gesichter aufgenäht haben, die Schweine. Ja, genau. Oder aufgenäht wurden vielleicht. Ja, oder so. Okay, hier sind nur Steine. Oh. Das geilste wird eh die letzte Tür, Alex. Welche letzte Tür? Genau. Die letzte... Die allerletzte Tür. Ach, du meinst, wo man... Alter, hab ich geglotzt. Oh, ja. Und, das war's mit der Folge. Schön triggern. Jetzt gehen wir direkt wieder aus der Höhle raus. So, und das war's. Aber ja, wir sind, glaube ich, in der richtigen Höhle. Also im richtigen Gang. Hier ist noch ein Videoband. Doch, wir müssen nochmal tauchen. Wusste ich gar nicht. Dann. Arschlecken. Vorsicht! Alter. Zu spät. Es sah aus, als ob man tauchen muss. Entschuldigt. Entschuldigt. War das nicht beim letzten Mal schon so, Nico? Ich weiß es nicht. Übrigens, Nico, entschuldige bitte. Ich bin sehr weich auf dir gelandet. Ich hab keinen Schaden bekommen. Echt? Ja, wir kommen hier nicht hoch, genau. Ah, Mist. Shit. Okay. Gut zu wissen. Egal, ja, das wissen wir jetzt. Wir wissen auch, dass man nicht in Schluchten reintaucht. Ja. Boah, wo findet man dieses dumme Ding nochmal? Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Müssen wir halt erkunden. Ja, ja, ja. Also, was ist doch die andere Höhle? Äh, ja, die andere Höhle führt jetzt raus. Ja, ja, genau. Das ist ja der Plan, oder? Ja, ja, ja. Jetzt ja. Schon wieder raus? Ja, leider. Ja, schade. Genau, weil hier, das ist eigentlich die richtige, richtige Höhle. Wo man am Ende hinkommt. Hä, hier liegt was. Was? Ein Bild. Mit einer Keycard. Ach so. Das hab ich am Anfang auch schon gesehen, als wir reinkamen, ja. Ach ja, da war ja noch was, Nico. Das Bild habt ihr hoffentlich alle, auch mit der nötigen Karte, ja. Ja. Gut, dann. Wieder zurück. Rein in die Holger! Wuhu! Wuhu! Ach ja. Also, das ganz tiefe Geheimnis werden wir somit nicht erkunden können. Schade. Schade, dass wir den blöden Haken noch nicht haben. Ja, wir haben noch vieles nicht. Also, wir müssten den Kampfbogen, die... Die moderne Axt. Der Kampfbogen ist... Oh, der Kampfbogen, den will ich unbedingt auch wieder haben. Ähm, moderne Axt, ähm, und der Haken. Ich glaub, das sind noch die drei wichtigen Sachen. Wichtigsten. Oder, Nico? Oder kommt noch was? Boah. Wo weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub, wir haben sonst alles. Also, ne, wobei, es gibt bestimmt noch Sachen, aber... Ja, gut, diese Winterrüstung haben wir ja noch nicht. So einiges nicht. Ah, der Nico ist fast draußen. Ist euch auch so kalt. Ja. Aber ich find, das sieht so cool aus, weil's halt hier voll verschwommen ist. Ja, ne? So, jetzt sind wir aber auch draußen. Also, ich zumindestens. Nico ist schon. Ja. Und Hora kommt gerade. Ich bin ganz dicht hinter dir. Nico, machst du ein Feuerchen? Bin dabei. Ah, da ist der Nico. Okay. Sehr schön. Danke, Nico, für das Feuerchen. Okay. Da müssen wir tatsächlich auf die andere Seite. Und durch das Tor gehen. Ah. Sehr schön. Aber, ich würd sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir. Ei, ei. Also, von daher, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.